Der Locker hat ihn an uns gewunken aus. Ja? Ja, als er ankam. Ein Junge? Ein Junge? Ja, weil er, der Maxi, der uns gewunken hat. Ich weiß nicht. Irgendjemand Junges. Ja, ok. Aufsache mal gefilmt. Das hätte ich tun wie er eben. Warum bist du 8 und darfst dieses Ding fahren? Ich bin 15 und darf dieses Ding fahren, weil mein Vater nie das erlaubt hat. Und was passiert, wenn du da oben gegen den Balken stößt? Dann ist der Balken verpust. Und das? Was ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Schönen wir die Belätsmarken für die Rampel, die du so rausfahren konntest. Diese kleinen... Ja. Wo sind die? Ich weiß eh. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jannik! Die Balken dahin! Die Balken! Die Balken hier hin! Was tust du jetzt? Was tust du jetzt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sau professionell einfach hier! Hier hängt ihr! Das müsst ihr selbst lösen. Ich filme es. Warum steckt ihr selbst? Warum steckt ihr selbst? Warum steckt ihr selbst? Warum steckt ihr selbst? Ja, der hängt da schon wieder. Hallo. Ja, der hängt da schon wieder. Warum kann dieser achtjährige Junge alles fahren? Das ist mir eine Gätschel. Weil ich huchten bin und nicht einfach alle fahren habe. Oh! 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 Das ist der Zaun. Und ja. Da kommt ihr dran. Das ist ja doof weil... Oh. Kommst du nicht raus? Kommt der Janek nicht raus? Boah, Alter, Worst Case. Ich hab die Hauptplayer jetzt. Und die...